hallo und herzlich willkommen liebe gamingfreunde hier sind wir wieder bei goody games news and more mit einem weiteren achievement guide zu eagle eye in unravel und zwar müsst ihr eine blume hier aus den wolken pflücken am besten jetzt hier die bäume mit wir fliegen gerade am ersten baum vorbei am vierten baum ist die blume versteckt baum nummer zwei baum nummer 38 ganz genau wie lang zumal ihr müsst dafür sorgen dass jani mit seinen füßen gegen die blume gegen schwingt nur dann ist ja eigentlich damit da haben wir das war es das ist der erfolg in anrufe 2 ich hoffe er hat euch geholfen weil ich habe die blume auch ansonsten bisher übersehen wenn es so war dann lasst doch einen daumen hoch da bis zum nächsten mal euer goody